Oh nö, oh nö, oh, wie fies. Da konnte keiner mit rechnen. Was, was liegen? Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Oh nö, oh nö, oh nö. Oh nö, oh nö, oh nö. Oh nö, oh nö. Letztes war's hier. Oh nö, oh nö, oh nö. Oh nö, oh nö, oh nö. Oh nö, oh nö. Ja, so. Tschüss. Hmm? Badge. Da läuft er wieder zurück in sein Käfig? Okay. Soll er machen. Mir soll es recht egal sein. Ich ignoriere das kleine Heilkorderzeug. Ähm. Muss ich hier jetzt noch runter? Ja, da muss ich noch runter. Wegen dem da. Wegen dem da. Do-do-do-do-do-do-do-do. Jetzt mache ich mal folgendes. Ja, da muss ich noch mal aufbauen. Ja, da muss ich noch mal aufbauen. Ja, da muss ich noch mal aufbauen. Nichts, ne? Diesmal nicht. Mit deinem Gewaltsprung. Okay, das war's. Diesmal nicht. Ruppelti, zuppelti, wuppelti, huppelti. Unser FPS-Anbrüche. Warum, weiß kein Mensch. Runter. Jetzt kommt, jetzt kennt man bestimmt noch gegen Nikolai. Der ist nämlich nicht mehr im Fenster. Dafür kommen wir jetzt hier noch mal. Diese komischen mit dem Tentakel auf dem Kopf, die sind übrigens von Nemesis an und dazu malefiziert worden. Deswegen sehen die so komisch aus. Langer Lauf für die Mac. Okay. Was hat er hier drin gemacht? Wahrscheinlich irgendeine Kontrollgeschichte. Kontrolliert. Unfertiger Bericht. Er füße gegen einen Pakt von 20 Beobachtpolizisten in 20 Minuten dezimiert. Das ist ein Protokoll. Ein Mann infiziert eine Frau. Die Beobachter folgt die Frau. Das ist also der Bericht von Nikolai. Video angehängt. Hier wurde im Hirn, wo sie haben gesammelt. Mehr als 17 Stunden sind verstrichen, seitdem der Dias ausgesetzt war. Sie fahren sich nur langsam, was nahelegt, dass sie resistent ist. Impfstoffe oder von so einem? Einsichtbarung und die 25 Stunden Veränderung wieder komplett für den Kampf bereit sind. Das scheint eindeutig Projekt N zu sein. Kontakt zu den Lässt sich verändern und entwickeln. Diese Daten zu erhalten. Also, nehmen wir es jetzt immer noch da. Moin, hey Sir. Ja, aber erstmal wieder zur Kiste. Weil da ist die Mech drin. Und grünes Kraut. Nehme ich ihn mit? Nehme ich ihn nicht mit? Glaube ich nehm ihn. Und pack mal die normalen Explosivkarten. Ich gerade so will ich das haben. Nein, halt. Lass das. Ich will die Explosivgranaten da drin noch haben. Ich drücke aber ewig die Kiste aufmachen, bin ich ein Idiot. So, die Minen aus. Unsinn mache ich. Unsinn. Völligen Quatsch mache ich. Sortieren. Nochmal drüber. So, die Blindenmunition. Nehme ich die Mech auch schon mit. Bin mir unschlüssig. Ich mache das jetzt auch tatsächlich. Ich nehme die Mech jetzt mal mit. Aber ich mache... ...und zum Granatenwerfer auf den schnellen Zugriff. Die Mech wird im... ...Dingsfall benutzt. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ob jetzt schon direkt ein Bossfight kommt oder... ...der Impfstoff ist weiter vorn. Das willst du wissen. Ich kann nicht laufen. Ich kann nur hinterher gehen. Sicher, du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaffe das schon. Es ist... Der wird nicht überleben. Bestimmt nicht. Guck nicht so komisch. Einfach so im Auge. Ich habe es doch geahnt. Nee, mir ist wieder da. Ich will das erzählen. Bei der Geschwindigkeit ist das ein normaler Läufer. Aber das kann ich nicht. Würdiger Quatsch. Wie kam der jetzt wieder hier runter? Im Glanz des... Im Glanz der Desinfektionsstelle. Und einmal trockenpusten. Sehr gut. Oh, Sprecherraum. Aber ohne Safe-Musik. Das ist immer verwirrend. Nest 2. Und auch Waffensysteme mit Fähigkeiten zu bringen. Das ist das... Karte von Nest. Sehr gut. Das hier ist das Labor quasi, wo... ...wo die... ...Tyrants und die Nemesis... ...und der Nemesis erschaffen wurden. Noch nicht. Ich bin hein ich. Ich bin lockerами. Auch wenn ich war schon mal hier. Bis heute stockpust... Musik ist unheilvoll. Musik ist unheilvoll. Hier sind die im großen Riesen gebastelt worden. Ach nee, das war Mac-Munition dann. Ob die Sprecherin noch lebt? Welche Sprecherin? Achso, du meinst hier von der Ansage im Lautsprecher. Was meinst du? Das ist der Impfstoff-Synthese. Klingt immer gut, wenn ich so einen Sicherheitsschlüssel kriege. Er ist voller Bio-Waffen. Dann hier. Legen Sie zum Start der Impfstoff-Synthese die Rohstoffe in die Kammer. Ganz einfach. Ich habe nur keine Impfstoffe. Synthese? Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Ich muss rausfinden, wie. So, jetzt gehe ich hier nochmal. Ach nee, halt. Erstmal. Okay. Ähm. Stell ich mir Mac-Munition her? Okay, ich glaube, ja. Ach. Hm. Ja, Moment. Schießpuffer und Schießpuffer ergibt ja Schrot, ne? Nämlich beide... ...dass man das... Ja, Schrot. Zombie... Ach, nein. Groß und... ...dings ergibt. Das war dämlich. Scheiße. Verdammt! Ähm. Wie war das dann noch bei denen? Ähm. Mit A zusammen Brandgranaten. Zwei Neidner davon... ...Mahle kombiniert mit B Brand und zwei davon Säure. Zwei mal B wäre eigentlich Fett, weil Säure ist sehr, sehr effektiv. Gut, ich habe einmal umsonst... ...Immitionen hergestellt. Das komme ich klar. ...Säure aufgehoben. Muss man den noch wieder rausziehen? Ne. Echt nur? Ach. 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 Die bewegen sich eklig. Und... Komisch. Würdest du mal umfallen? Ist ja schrecklich mit dir. Was willst du das erzählen? Bist du unbesiegbar oder was? Die Toren. Eine Antigenprobe. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Die brauche ich versucht. Oder ist derícia funktionierisch. Oder kannst du den Impfstoff weakness sein oder nicht? Ja, weil es den liquippenwaren Stoppik entspricht. Ich MinuteexplOWiere. Gibt es, was ein Sicht, was eine Dänke für Achtung, mit ihm an BIRK Die hat ein bisschenning-derglich. Das ist ja noch ein paar B-Toren vertien. Meise aufgelen. wo ich das raum tatsächlich nichts machen kann okay muss hallo wenn ich euch nicht richtig umbringen kann dann laufen ja vorbei so sind voll die eingeschweißten irgendwas zweimal flitten munition kraut noch irgendwas hier ich kriege wieder pistolen munition will ich nicht schon wieder scheiße kann ich das nehmen nein kann ich das mal wegschmeißen das muss die stromversorgung sein natürlich ich ahne schlimmes vermute böses ich möchte eine pistolen munition erstellen bleibt aber keine andere wahl wahrscheinlich toll das kraut eben gar nicht wegschmeißen immer diese entscheidungen ne nemesis hinter der tür ne die jungs hier die ganzen prototypen von nemesis und hier die komischen gezüchteten irgendwas dinger das sind tyrants ja und immer alles noch die fehlversuche quasi sieht so ein bisschen aus wie äh alien die wiedergeburt im film ja ja jetzt bin ich hier ok 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 die fallen auch nicht um 2 mal b ergibt säure richtig richtig also nennen sie ihn nemesis und 2 mal von in explosiv explosiv kann ich auch gebrauchen und ja sie nennen die nemesis und jetzt habe ich keinen platz mehr und scheiß oh warum kann ich ja gleich gut kombinieren muss ich jetzt komplett zurücklaufen kleiner abkürzungsweg kein nichts hm hm ganz vergessen auf einmal ist er schnell ok gescheuert ist dass ich jetzt den ganzen weg da zurück tingeln muss so und dann gibt es noch mal schießpulver da habe ich also auch mal schießpulver übersehen gerade was ich aber er hätte eh nicht mitnehmen können ok ich hab's geark Ich hab's geark ich hab's geark Nein ! ich habe doch ein ausweich gemacht das muss ich jetzt mal machen okay kurz nicht so viel moment ich muss die probe noch mal zu lange bildschirmzeit die augen ok machen wir es kurz und schmerzlos liebe so leute Hör da auf. Hör da auf. Das ist einfach, weil ich zu lange auf dem Bildschirm geachtet habe quasi. Und ich blinzele so wenig. Das ist das typische, ich blinzele zu wenig auf dem Bildschirm. Die Granate-Waffer kann ich nachladen. Jetzt blinzeln, jetzt blinzeln, jetzt blinzeln. So, hau raus. Ich glaube, das war relativ knapp so. So, hau raus. Kannst du weg zurück, Tengel? Alter Schwede. Man wünscht sich auch nichts mehr. Speichern. Und warum? Weil mir die Augen brennen. Nur anderes Licht nehmen. Vielleicht hilft das. Lieferstauen. A und B ergab. Ähm, Brand, ne? Nein, die verstauen. Die Munition habe ich ja echt nicht mehr, ne? So, jetzt muss ich wieder nach oben, ne? Was tut denn? So ist die Musik eigentlich so spannend. Um, okay. Ah, okay. IT ok logisch an die sache angehen verdammt natürlich ausbrücklichen 30 10 10 10 10 10 10 10 40 30 20 ich muss wahrscheinlich auf 50 genau den mittelwert vermute ich mal ach dann aber der verändert sich dann nicht mehr weiter fünfmal die mitte ja kenne nur drei schritte beispielsweise 10 20 40 40 und low also 10 20 40 40 30 40 20 30 40 40 40 40 40 40 40 upwards High-Low. Impfstoff wird synthetisiert. Ja. Das ist einfach. Synthese abgeschlossen. Bitte entfernen Sie die Kartusche. Mach ich glatt.